Diesen Gurt haben wir entwickelt für die Jungpferdeausbildung, das Problempferdetraining und er ist sehr gut geeignet für das Training von Pferden mit Gurtzwang. Hervorheben möchte ich diese beweglichen D-Ringe, die sehr groß sind und euch so ermöglichen, den Verschluss von eurer Doppelunge ganz einfach durchzufädeln. Diese Gurtstrippen sind besonders lang und besonders flexibel, sodass das Jungpferd, was den ersten Sattelgurt kennenlernt, sehr schonend an das Gurten gewöhnt werden kann und so ein Abwehrverhalten vermieden wird.